Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video! Heute werden wir versuchen, die ultimative Regenbogen Pumpgun zusammen zu bekommen. Das heißt, wir müssen die neue Pump in jeder Seltenheitsstufe von Grau, Grün, Blau, Lila bis hin zu Gold finden. Und wer das als erstes schafft, der darf den anderen bestrafen, indem er einen Tag lang zu allem in Fortnite Ja sagen muss. Egal was! Wenn dir das Ganze gefällt, dann like jetzt das Video, abonniere den Kanal und wenn du dir irgendwas im Itemshop kaufst, wäre es cool, wenn du mein Crater Code Wannabe benutzen würdest. Regenbogen Pumpgun, wenn ich sie habe, musst du zu allem Ja sagen. Du kannst du sowas von vergessen. Ich habe extra mein Regenbogen Outfit angezogen. Oh, ich sehe schon alles auf dem Dach. Geh weg, 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 geh weg. Das ist die überhaupt gar nicht. Ist die das nicht? Doch, 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 das ist die. Flieg ruhig dahin. Guck mal den Holzkopf hier an. Hallo. Ist du ein Holzkopf? Das ist ja richtig, der Holzkopf. Oh mein Gott, du hast verloren. Du hast verloren. Du hast so verloren, Digga. Du glaubst nicht, was ich gefunden habe. Du hast so verloren. Oh mein Gott. Ey, das glaubt man nicht. Hä, wer ist das denn? Ey, wer macht einen auf Mario hier? Bleib sofort stehen. Braucht eine Pumpgun. Boah, der hat eine graue, sehr gut. Hä, wo kommst du denn her? Wer ist das hier? Wo kommt der her? Ey, das ist der Aufstand der Nosekins hier. Nein, lass meinen Nosekin in Ruhe. Du ehrenlose Banane. Nein, du hast ihn genockt. Hat der irgendwas? Geh doch einfach weg. Der war meiner. Lass doch meine Sachen in Ruhe. Warum fährt der Typ eigentlich die ganze Zeit rum? Hat der ein Problem? Hallo, bleib mal stehen. Ich will nur mit dir reden. Warte, wir sind da her mit meinem Lambo. Party time. Wir sehen uns, Bro. Tschüss. Ich verfolge den, lockert der geile Sachen. Ja, dann kann ich hier einen ganz entspannt looten. Geh, du machst. Geh, du machst. Hat der locker eh. Ich fahr jetzt noch Retail Raw. Du wirst schon sehen. Geh, du mal. Boah, das ist ein Gegner. Arsch rein. Wer ist das denn hier? Ich hab den angefahren. Lol. Ich hab ihn fast gekillt. Boah, der kostet grad so Double Pumpgun. Wie viele Leute sind denn hier? Das Blöde ist halt, wenn du noch eine Pumpgun findest, hast du halt einen Slot weniger, ne? Aber es gibt ja keinen Ampel Pumpgun. Vor allem, du musst dich entscheiden, entweder AR oder Medix oder was willst du denn? Ja, das ist gar nicht so einfach. Hä, hat er doch noch eine? Wo ist denn eine Waffe hin? Boah, er hat eine sehr nice. Hat er auch eine? Nein. Noch eine, zack. Der tropft doch gerade mit dem Auto. Äh, ich... Oh. Boah, ich hab ihn getroffen. Das sieht nicht gut aus für dich, mein Freund. Ich sag's dir ganz ehrlich, wie es ist. Und jetzt ein Turtle. Komm mal da raus. Nein, ich hab seinen Freund gekillt, aber ihn nicht. Doch, jetzt hab ich ihn auch gekillt. Wer ist das denn noch? Boah, hier geht's grad so ab. Hier sind so viele Gegner. Hier sind so viele Gegner. Die sind alle so One-Shot. Hier muss doch irgendeiner diese Waffe dabei haben. Was passiert hier gerade? Die haben irgendwie alle gar nichts. Was macht hier die ganze Runde? Gut aussehen, oder was? Das tue ich die ganze Zeit. Okay, der hat auch noch voll ins Gesicht bekommen. Die Waffe ist aber auch einfach zu krank. Macht mal keinen Quatsch. Das ist eine ganze Stadt hier. Es muss doch irgendeiner diese Pampe dabei haben. Da hinten ist auch noch einer. Was macht der denn da? Der Boot einfach rückwärts. Hier fahr ich jetzt platt. Das ist Deadpool. Cool. Junge, du hast dich in der Season gehört. Weg mit dir. Du schmutz. Der hat auch mit. Boah, da kommt einer auf dich zu. Da kommt einer auf dich zu. So schlecht. Wo ist mein Lambo? Ich hab jetzt ein, zwei, drei, vier Bruder. Vier Stück hast du. Welche Farben? Grau. Grün, 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 grün. Okay, also bist du kein Gegner bis jetzt. Paus, gib mir ne blaue. Perfekt. Genug Gold hab ich. Aufwerten? Wir sehen uns. Das ist verboten. Nee. Weißt du gar nicht, wo du aufwerten musst? Ja, ich komm jetzt einfach zu dir. Ich komm jetzt einfach zu dir vorhin. Irgendwann musst du auch. Als ob ich am Aufwerten wäre. Komm, gib mir irgendwas Geiles. Das ist ein Riff-Fisch. Oh mein Gott, beste Leben. So, war schön mit dir. Ich zieh jetzt leider Praxis. Hau rein. Ich geh jetzt aufwerten. Ciao. Du hast keine Chance gegen mich. Ich sag's dir. Ich bin so gut wie fertig. Ich brauch nur noch ein paar Stück und dann hab ich's einfach. Wir sehen das. Wir sehen das. Wir sehen das. Ich brauch mal ne grüne oder blaue oder sowas. Was passiert hier gerade? Oh, da ist ne grüne. Grad noch von dir gesprochen und schon hab ich dich. Sehr gut. Du kannst aufwerten, ne? Wo? Da, wo du gerade bist. Ich weiß doch genau, da ist doch diese eine. Ja, woher willst du das wissen? Diese eine Frau da. Natürlich. Hier kann man nicht aufwerten. Was machst du denn hier? Ich hab hier Business zu machen. Verpiss dich. Was machst du hier? Du musst mich beeilen. Leute, ich muss mich beeilen mit dem Upgraden. Wie geht das nochmal? Upgraden, 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 Upgraden. Ich muss mich beeilen. Jetzt werde ich ehrenlos. Sorry. Nein, nicht töten. Tu mir leid. Dein Ernst, Bruder? Das ist richtig ehrenlos. Das ist ehrenlos. Endlevel durchgespielt. Oh, jetzt töter dich. Nein, das ist todes ehrenlos. Ich steh da noch dahinter. Oh mein Gott, das ist so ehrenlos. Ich sag ehrlich, wie es ist. Du hast jetzt echt ein Problem, Junge. Ach du Scheiße, ist das ehrenlos. Das ist echt ehrenlos. Boah, sie sind einfach getötet, ey. Heftig. Bruder, ehrenlos ist mein Nachname. Ich muss jetzt jeden Bot killen, den ich hier füllen will. Nachher können auch andere upgraden. Ist das der Grüne? Das ist der Grüne. Jackpot, ich hab's gleich geschafft. Kannst du upgraden, mein Freund hier? Oh mein Gott, er kann upgraden. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Doch, der kann upgraden. Ich fehl den jetzt schnell. Kleiner Wichser. Natürlich kann er das nicht. Ich hasse dich grad so, ne? Weißt du, was so lustig ist? Danke. Mit deinem Auto? Warum bist du heute so ehrenlos? Ja, wir seht uns. Nix egal. Wir seht uns. Egal. Ich muss ne blau und ne grau finden. Und dann habe ich die ultimative Regenbogenpamper zusammen und werde ich fertig machen. Dann wirst du einen Tag mein Sklave sein. Ich sag nichts mehr dazu. Oh, ich weiß, wo ich noch upgraden kann. Halt's ab. Wo denn? Doch, ich weiß wo. Es gibt noch eine einzige Person, die ist sogar noch in der Zone. Du weißt auch, glaube ich, schon, wer. Ich hoffe, dass nicht der Kolosseumstyp ist, weil der ist nicht genau bei mir. Nein, der nicht. Und ich sag, wie es ist. Der wird gleich einen Unfall haben. Das weiß ich gar nicht. Ey, da schießt was auf mich. Bitte, helf mir. Ich hab recht. Nein, ich hab nur noch Pumpgans. Ich bin geliefert. Oh mein Gott. Er kommt. Ich kann nichts drücken. Hallo. Was ist das? Es lagt einfach. Ich muss ja weg. Ich muss ja weg. Wenn der mich killt, hat sich das erledigt. Dann hast du gewonnen. Oh, das ist nicht gut. Das ist absolut nicht gut. Shit, Alter, da ist er. Komm her. Komm her, du Schwitzer. Mit Double Pump. Ich hab ihn. Sehr nice. Hab einen, hab einen, hab einen, hab einen. Oh nein. Hat er irgendwas? Ja. Komm schon, bitte, bitte, bitte. Hab irgendeine Pumpgun dabei. Oh, ein Puffi. Puffi, ein Medikweck. Gib mir eine blaue oder eine grüne. Gib mir eine blaue oder eine graue. Nein, der hat nur ein Gewehr. Oh, er hat eine graue. Er hat eine graue dabei. Wieso ist der so lost in an der graue? Ich sag euch, das sieht einfach aus. Aber es ist so schwer. Wir haben nur noch einen einzigen Slot frei. Ist der Drop auf dem Dach? Das kann ja wohl nicht sein. Ich will jetzt den Drop haben. Hinter mir, hinter mir, hinter mir. Das können wir nicht schaffen gegen so viele. Ist der da? Wo kommt der denn her? Wo kommt der denn her? Wo kommt der denn alle her, dass der auf mich schießt? Wie viele sind das? Alter. Was macht der für Ärger hier? Wow. Wo kommt die alle her? Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Das kommt überhaupt nicht. Das können wir nicht schaffen gegen so viele. Ja. Ich hoffe, das ist jetzt. Ich hoffe, das ist jetzt. Es ist mir egal, ob das drei Stück sind. Weil einer von dem der blaue dabei hat, da gewinne ich die Runde. Lauf einfach. Komm schon. Der hier. Der wird eine blaue dabei haben. Das sieht aus wie einer der eine blaue dabei hat. Komm her. Komm schon. Hat der eine blaue? Wenn der eine blaue hat, habe ich gewonnen. Das wissen wir. Wenn der Typ tot ist und eine blaue hat, habe ich gewonnen. Der hat eine. Der hat eine. Hast du es gesehen? Hat er eine. Der eine hat eine blaue Pampere dabei gehabt. Das kippt es noch nicht. Das ist der Sieg. Oh mein Gott. Das ist der Sieg. Und das kommt zu Ende. Das ist der Sieg.